Sich selbstständig machen. Das ist nicht nur eine Idee, das ist häufig der Traum von so unglaublich vielen Menschen. Freizeit, Reisen, Freunde, Party, egal wann, egal wo. Ich meine, wer will das nicht? Wer würde sich denn heute noch freiwillig dazu bereit erklären, eine Ausbildung für ganze drei Jahre zu machen und am Ende dann mit 2000 Euro monatlich dazustellen? Und genau aus diesem Grund begleite ich heute einen Tag einen Gründungsberater, um herauszufinden, wie Gründung richtig funktioniert und wie man am Ende das Leben führen kann, was die meisten Menschen so begehren. Am Ende des Videos werden wir sogar zwei seiner Gründerinnen interviewen können und herausfinden, wie viel man als Gründungsberater mit der Tätigkeit überhaupt verdient. Moin, Paul! Grüße, na? Schön, dass du da bist. Das ist Paul. Paul ist eigentlich den normalen Weg gegangen. Schule, Ausbildung und Hocharbeiten. Bis er dann im Jahr 2060 einen Burnout hatte. Eine Panikattacke und alles, was wahrscheinlich dazugehört, wenn man mal so richtig am Boden ist und beruflich absolut nicht mehr weiter kann. Heute wirkt er allerdings topfit, mental gesund, wohnt inmitten der Stadt in einer 100 Quadratmeter Wohnung und betreibt ein 144 Quadratmeter Studio, in dem er Podcasts aufnimmt und arbeitet. Aber ich frage mich ganz ehrlich, wie hat er das geschafft, von scheinbar ganz unten nach ganz oben zu kommen und vor allem, was macht man überhaupt als Gründungsberater? Ich habe meine Aufgaben, wie jeder selbstständige Aufgaben hat. Es fängt quasi damit an, Marketing zu machen. Es fängt an, Beratungsgespräche zu führen, auch zu erklären, wie die Zusammenarbeit aussieht. Natürlich dann im nächsten Schritt sich auch mit Fördermittelberatern auszutauschen, was gibt es für Möglichkeiten für die Gründer, halt einfach Fördermittel in Anspruch zu nehmen. Bis hin zu natürlich Buchhaltung und Steuererklärung. Also der komplette Durchlauf von so einem Unternehmen. Was heißt für dich Gründungsberatung? Gründungsberatung bedeutet für mich, dass Leute eine Idee haben, die irgendwas mit ihren Talenten, Fähigkeiten zu tun hat, die sie gerne umsetzen wollen, wo sie aber nicht zu 100 Prozent wissen, was sind jetzt so die ersten Schritte und halt auf dem Weg auch oftmals Angst haben, etwas Falsches zu machen, etwas Falsches zu entscheiden. Und deswegen gibt es Gründungsberatung, um halt einfach an der Seite zu stehen und das Ganze zu beobachten, Impulse zu geben und das ganze Unternehmen quasi mit den Gründern aufzubauen. Und genau das hat mich ehrlicherweise interessiert. Was hat Paul überhaupt vorher gemacht? Was war seine eigene Story? Und was war so sein erstes Unternehmen, was er gegründet hat? Wie funktioniert so eine perfekte Gründung nebengewerblich? Ich hatte Ausbildung gemacht zum Speditionskaufmann. Hab das auch fast zehn Jahre gemacht, bis dann irgendwann so der Punkt kam, wo es nicht mehr weiter ging. Ja, da musste ich mich neu ausrichten, wegen einem Burnout damals. Musste gucken, dass ich halt einfach irgendwas finde, was mich selbst auch begeistert. Und hab mich dann angefangen, mit Psychologie zu beschäftigen. Hab dann gemerkt, da ist sehr viel Verbindung zu Marketing und Vertrieb und Unternehmertum, was Psychologie angeht. Und dann bin ich so in dieses Unternehmertum reingerutscht und hab mich angefangen, für Entrepreneurship zu interessieren. Hab da Bücher dazu gelesen und hab dann aus so einem Buch heraus die Idee gehabt, einen eigenen Online-Shop aufzubauen und T-Shirts einzukaufen und über den eigenen Online-Shop zu verkaufen. Ach krass. Und irgendwann kam so die Idee, die eigene Marke aufzubauen, ein eigenes Branding, eine eigene Firma. Und das war dann praktisch dein erstes Business, Whiteys, weiße T-Shirts zu verkaufen. Weiße T-Shirts, genau. Okay, check. Das bedeutet, Paul hat im Grunde genommen ein ganz normales Leben geführt. Naja, bis zum Burnout zumindest. Und weil er sich bewusst dazu entschieden hat, das Ganze einmal komplett umzukrempeln. Dann ist mir bewusst geworden, wie viele Menschen gibt es da draußen eigentlich, die ein Studium oder eine Ausbildung absolvieren, aber todunglücklich sind und sich bis zum Burnout durcharbeiten. Aber das kann es ja noch nicht alles gewesen sein. Burnout und danach direkt erfolgreich selbstständig, das macht ja irgendwie auch keinen Sinn. Wie ging das Ganze dann bei Paul weiter? Ich bin dann in eine Firma gegangen, die Online-Marketing-Dienstleistungen angeboten hat und war da direkt im Außendienst und war nur für Neukundenakquise zuständig. Also ich habe komplett nur Kaltakquise gemacht, bin reingegangen zu den Unternehmen, habe gesagt, hier bin ich. Wir bieten Webseiten an, wir machen Suchmaschinenoptimierung, also wir machen quasi das Online-Marketing für Unternehmen und bin da am Anfang komplett gegen Wände gelaufen, gescheitert, keinen Umsatz gemacht, gar nichts. Habe dann erst mal verkaufen lernen dürfen. Und dann hatte ich einen Kunden im Maschinenbau. Und dann bist du dann praktisch zu der Firma dann gekommen. Genau, und ich war dann quasi für den Markenaufbau zuständig. Und da habe ich komplett alles gelernt von Logogestaltung, CI, Produktentwicklung, Markenpositionierung, wie man das Ganze nach außen kommuniziert, den ganzen Aufbau von der Marke, aber auch von dem Produkt und dem Verkauf. Und genau, da ist so diese Leidenschaft entstanden, halt einfach Marken aufzubauen. Also an der Entwicklung von anderen Unternehmen beteiligt zu sein und da halt einfach meine Expertise einfließen zu lassen. Das hat mir da schon extrem viel Spaß gemacht. Und dann kam, als du selbst auch erfolgreich geworden bist mit Online-Marketing-Dienstleistungen, Markenaufbau immer mehr Leute zu dir, die dann gesagt haben, hey, ich habe eine Idee, kannst du mich dabei unterstützen oder was hältst du davon? Genau. Wie funktioniert denn so eine Gründung? Prinzipiell steht natürlich am Anfang von allem, was uns im Leben umgibt, immer der Anfang ist eine Idee. Also die Idee muss prinzipiell schon mal zumindest grob da sein. Irgendwas, wo man vielleicht auch ein Gefühl dafür hat, das braucht der Markt. Und dann ist der nächste Schritt, eine Vision zu entwickeln. Viele machen den Fehler, die fragen sich, was muss jetzt der nächste Schritt sein? Was ist als erstes zu tun? Und ich bin ein großer Freund davon, das kam durch die Markenentwicklung auch, zu sagen, wo sehen wir uns in zehn Jahren? Weil das ist so weit weg, zehn Jahre, dass deine Fantasie viel mehr Spielraum hat und du dir viel mehr vorstellen kannst. Danach kommt natürlich aus dieser Visionsentwicklung die Strategie. Also wie sieht das Business dann auch in Zukunft aus? Was sind jetzt die exakten, nicht die exakten Schritte dahin, sondern die wichtigsten Zwischensteps? Also immer von dem großen Bild von der Zukunft ausgehen auf die Jahre, Monate und dann erst im letzten Schritt den Plan zu erstellen. Wie geht es dann weiter, wenn man die Vision hat? Was sind die nächsten Schritte, um ein eigenes Unternehmen aufzubauen? Die größte Herausforderung ist tatsächlich bei den meisten zum Gewerbeamt zu gehen und ein Gewerbe anzumelden. Weil viele dann schon im Kopf haben, da muss ich irgendwann mal Buchhaltung machen, da muss ich irgendwann mal das machen, was ich vielleicht früher in der Berufsschule nicht konnte, was ich da gelernt habe, aber was mir einfach nicht lag. Und vielleicht muss ich dann irgendwann Steuern zahlen, mit dem Finanzamt irgendwas da abführen. Also da liegen so viele Dinge in dieser Grauzone, die man nicht so exakt kennt, weil man es noch nie gemacht hat, dass das immer ein ganz wichtiger erster Schritt ist, das Gewerbe dann auch zu haben und zu sagen, jetzt muss ich schon mal überlegen, wie heißt die Firma, was macht die Firma eigentlich, in welchem Bereich ist die tätig, was sind die Dienstleistungen, Produkte, die man da anbieten wird? Okay, okay, okay. Also wenn ich einen normalen Beruf teste, bin ich meist so irgendwie schon ab um sechs oder spätestens ab um acht unterwegs und habe meine ersten Termine. Im Handwerk zum Beispiel. Aber in diesem Beruf als Gründungsberater war einfach komplett anders. Um elf war der erste richtige Termin, den Paul dann im Tag hatte. Ich habe jetzt hier einen Termin zur App-Entwicklung mit einem anderen Unternehmen, was er scheinbar auch berät bei der Gründung, wo er auch beteiligt ist. Und darum geht es jetzt und dann bin ich mal gespannt, was er davon so zu erzählen hat. Kleine Besprechung wegen einer App, die wir gemeinsam aufbauen wollen, die den Kunden auch bei der Visionsentwicklung hilft und viel mehr kann ich dazu noch gar nicht sagen. Also top secret die ganze Angelegenheit. Wie geht es jetzt in der Gründungsberatung weiter? Was ist dein nächster Termin? Was steht heute noch an? Der nächste Termin ist tatsächlich Gründungsberatung mit zwei Gründerinnen aus Stuttgart. Und ich habe mir währenddessen einfach nur gedacht, was ein Leben, was ein entspannter Tag. Morgens entspannt frühstücken und quatschen, ein paar Termine zwischendurch und scheinbar gut davon leben können. Aber war das wirklich alles? Umso gespannter war ich dann auf die nächsten Tagesaufgaben. Aber vor allem auch auf die Gründerinnen, die Paul bereits begleitet hat und auf die Information, wie viel er mit dieser Arbeit verdient. Und damit geht es jetzt für uns los. Paul hat alles vorbereitet für die heutige Gründungsberatung. Also schreibt bitte bis nächste Woche euren Positionierungssatz auf. Das könnt ihr euch so vorstellen. Ich nehme einfach mal ein Beispiel. Wir sind eine Videomarketingagentur. Wir unterstützen mittelständische Unternehmen mit unseren Videos dabei, online sichtbar zu werden und Mitarbeiter und Kunden zu gewinnen. Die aktive Gründungsberatung haben wir damit abgeschlossen. Und jetzt sind wir am letzten Tagespunkt angekommen. Jetzt schauen wir uns hier gemeinsam ein Projekt an, was die letzten sechs Monate fertiggestellt wurde und was Paul aktiv begleitet hat. Also nicht nur die Vision, sondern auch die erste Rechnung habt ihr schon geschrieben. Aber Paul, erzähl mal, was ist hier passiert? Ja, hier ist genau das passiert, was wir vorhin ja schon besprochen hatten. Hier ist aus der Idee über die Vision einfach ein Business entstanden. Und ja, die Mädels haben hier ordentlich Hand angelegt in den letzten Monaten. Wie war für euch der Gründungsprozess und warum habt ihr euch überhaupt dazu entschlossen, irgendwas aufzubauen, was zu gründen? Wir haben schon immer überlegt, gemeinsam was zu machen. Und es war schon immer im Kopf, wir gründen mal gemeinsam. Die Idee, tatsächlich ein Fotostudio zu gründen, kam ziemlich spontan. Aber wir haben dann einfach gesagt, lass doch jetzt einfach mal machen, dass wir auch Erfahrungen sammeln als Gründer. Und wir haben die Wohnung gesehen und wir wussten, die wollen wir nicht wieder hergeben. Warum habt ihr mit Paul als Gründungsberater zusammengearbeitet? Wie war da so der, ich sag mal, Werdegang und wo würdet ihr sagen, hat euch Paul unterstützt zu gründen? Wir haben uns für Paul entschieden, weil wir Paul halt einfach auch kennen. Wir wissen, was er jetzt die letzten Jahre so gemacht hat im Gründungsbereich. Wir haben, glaube ich, im September angefangen, das halbe Jahr. Und er hat uns über 2023, genau. Und haben dann tatsächlich im Dezember, am 13. Dezember, haben wir unsere Gewerbeanmeldung abgegeben. Und ja, da hat Paul uns eigentlich immer unterstützt. Und wir konnten Fragen stellen und hatten auch eine WhatsApp-Gruppe gemacht. Und er hat uns ein bisschen auch immer jede Woche motiviert und wieder loszulegen. Weil manchmal hat es sich auch, manchmal ist es auch ins Stocken geraten, weil wir auch nicht wussten, wie wir weitermachen. Und konnten uns halt immer auch an Paul wenden, wenn wir Fragen hatten. Ja. Und er war halt auch immer da. Würdet ihr das wieder so machen? Ja, klar. Auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, das Ergebnis kannst du auf jeden Fall sehen. Ja. Wir sind total happy, dass wir das jetzt so umgesetzt haben. Ja. Okay, Paul, jetzt wo dieses ganze Projekt einmal abgeschlossen ist, meine Frage, was verdienst du als Gründungsberater an so einem Projekt? Wenn so ein Projekt angepackt wird, geht das sechs Monate und das wird in Tagessätzen berechnet. Das heißt, wir haben einen Tagessatz von 750 Euro. Also insgesamt so das komplette Projekt sind um die 14.000 Euro. Dann die ganzen Abgaben, die dann noch dazugehören. Genau. Vielen lieben Dank für den Einblick oder ich sag mal für den Einblick in deinen kompletten Tag. Es war unheimlich interessant, hat mir viel Spaß gemacht. Und mir bleibt nur noch ein was zu sagen und zwar, falls die Leute sich dafür interessieren, was du für eine Ausbildung gemacht hast, dann sollten sie meiner Meinung nach jetzt unbedingt hier klicken.